Ich fliegen alle zu dir, Dan, ne? Wat? Nein, Dan, Alter. Okay, Cyphers, wir müssen Dan retten jetzt, komm! Nein, ich bin schon auf dem Weg. Ich hab ne M4, auf geht's. Ich fliegen halt aber echt alle durch. Nein, Dan, ich sterben, Alter! Oder es waren die ganzen Schatten von zwei Leuten. Nein, nein, einer ist bei dir auf dem Dach. Schießen die auf dich? Nee, das bin ich und ich treff mit der doppelläufigen nicht. Okay, Dan, warte, 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 einer ist oben auf dem Dach. So, einen ausgenockt. Ach komm, Dan macht einfach den Easy Triple Kill, komm. Ja, ich hab noch zwei Kugeln. Warte, ich hol einen weg. Der kommt bei dir hoch, einer ist auf dem Dach, der ist runtergesprochen und einer kommt in der Faust reingelaufen. Shit, ich hab keine Mumpel mehr. Okay, okay, komm, go, 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 Cyphers, go, go, go! Alter, der desink, Mann! Der desink! Alter, ich komm nicht die Treppe hoch, Cyphers! Ich kann mich nicht bewegen! Da kommen die sich hier rein! Boah, sorry, sorry, sorry. Ist hier noch einer? Nee, alle da unten. Du kannst den Dan erschießen, Nick. Nein, bitte, was? Ich komm hier rein, die machen jetzt mal Bock zweit, ey. Ja, ich hab ja keine Kugeln mehr, Mann. Wie gut, wie gut. Ach, schön. Wir haben es geschafft! Wir haben den Dan gerettet, Cyphers. Ich glaub, einer hat den Dan auch geholt, ne? Ich glaub, einer hat den Dan auch geholt, ne? Ja. Nice. Good job, super. Ja, dass die auch alle zu dir dreck gegangen sind. Was ist denn mit denen? Die haben wahrscheinlich gesehen, so, komm, da ist einer, dann gehen wir zusammen hin. Ah, das ist dieser Kaffeekind, das ist dieser Twitch. Ja, genau. Kaffee Royale. Oder Funk, Funkkind. Funkkind ist super. I ship it! Good. Na gut, jetzt können wir hier in Ruhe lösen. Ja, hier liegen noch zwei T2 Westen oben, ne? Ja, da zonenmäßig sind wir auch gut am Start. Nice. Hier in der Grube, ich markier mal einfach. Es sind auch zwei Achtfach Scopes, ne? Ja, sicher. Kannst du mir gerne angeben, wenn du den nicht brauchst. Aber ich würde den nehmen. Oder Cyphers, wenn du irgendwas hast. Nee, ich kann dir eh nicht auf die Winchester oder M16 rauspacken. Alles klar. Ich hab halt eine M4. Alter. Waren hier unten die Westen, oder was? Nee. Ja, markiert. Falscher Tank. Blau markiert. Nehmen wir erst die Weste. Und dann können wir eigentlich darauf aufbauen. Also ich mein, zonentechnisch sind wir eh gut am Start. Hier waren die Westen. Waren unten drinnen, ne? Ja. Ein bisschen komisch. Ah ja, ich seh sie schon. Ich seh sie, hab's schon. Brauchst du noch eine, Dan? Ja ne? Ich hab, danke. Ah ok, alles klar. Gut, ich denk mal du hast auch Ohren. Dann wärst du wahrscheinlich selbst schon hier hingegangen. T2 herkiert. Hab ich. Hab ich, hab ich, hab ich schon. Alles klar. Hab ich auch. Ja sicher. Der hat alles. Für meine Ohren bin ich bekannt. Und ein SKS. Schön. Boah, ich fand die grad ohne Visier ey. Boah. Da war ich irgendwie nicht so geil dabei. Ohne Visier ist die nicht geil, aber wenn du die ganz abgegradet hast. Ja vor allem halt Closed Fight, ne? Ist halt, kannst du vergessen. Ja, Closed Fight ist halt ne. Das ist echt schwierig. Aber. Die SKS? Die SKS macht im Closed Combat auch richtig Spaß. Ja, aber du musst halt treffen. Und das krieg ich halt nicht hin irgendwie. Ja, nur. Gut. Es gibt aber natürlich viele Waffen. Ich verstehe dein Problem. Die noch ein bisschen besser sind als die SKS im Nahrkampf. Aber wenn man sie spielen kann, ja. Das hat auch nichts schlechtes. Wer man trifft, ist natürlich nice. Das ist klar. Das ist klar. Aber ich schiele immer so ein bisschen beim Ziel und da geht das nicht so gut. So, äh. Warum kann ich dir die Winchester empfehlen? Ich hab hier nochmal ein bisschen, äh, 762. Ich glaube, ich stehe mal hier auf die Straße. Direkt vor der Baustelle. Äh. Willst du mit mir? Ne. Okay. Es sei denn, du brauchst die, dann nimm die, ne? Ne. Ne, weil du die davon abgeholt hast, aber. Oh. 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 Warte. 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 Warte, falls man einfach durch springen, weil man die Waffe unbedingt haben will. Warte. ToLS habe ich natürlich die Munition. Die brauch ich dann jetzt wohl wieder. Kann ich dir welche geben? Ne, ne ich hab, also ich hab dreißig, mit einem dreißiger Magazin auf jeden Fall hier auf die Straße gelegt. ich habe noch 60 schuss dabei wäre sicher die 7,62 wenn es manchmal leckt dann kann es natürlich auch ein twitch liegen also eigentlich dürfte es laut meines internets providers dürfen sich am eh liegen aber manchmal hat man natürlich ein bisschen schwanker drin aber wenn der chat bei euch leckt dann liegt es glaube ich an twitter an twitch schon nicht an mir brauche ich was heilung heilung äh von darsch gewählen nice okay war gleich tropen nachfallen war alle scheiben kaputt warte du brauchst den energy eher als ich äh ne ne ich habe ich habe ich habe danke okay oh ne winchester brauchst du die cyphers hab schon eine ach ja natürlich klar warum fahre ich überhaupt ich spiel ja kippo ich spiel eins energy rein saufen sort of shotgun nice äh cyphers wie viele wie viele 5 5 6 hast du 120 kannst mir vielleicht 30 geben ich hätte hier äh quick draws und noch ein holo hier sind noch griffe bisschen munition hier liegt alles auf dem haus sehr schön rollo würde ich vielleicht auch noch nehmen wenn das wenn du cyphers brauchst du das holo ich hab schon nimm 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 nice super damit kann man noch spielen ach warte mal ich wollte ja noch ja dropper ist rein ja genau 235 der dropper ist sehr weit ne na ist ein kilometer höchstens denke ich ja wenn du da trennen willst dann äh wir hatten wir hätten auch im 155 grad ein bulli ne an der straße oh ein bulli let's go ein uli ein bulli uli 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 da vengabusses kamen habe ich heute morgen laufen gehabt als wir mit dem Bus unterwegs waren ich finde den so geil ich feiere das ding also wenn ich den bulli finde dann muss ich immer damit fahren egal wie langsam der ist aber der hält echt viel aus ich will erst einmal erleben dass glaube ich sechs leute fast da rein dass sechs dass er echt voll besetzt ist sehr wunderschön einfach dieser anblick und dann einfach damit rumfahren und rumhupen oh custom server incoming ja ja schade dass die noch nicht gehen aber man musste sich ein komplett neues profil erstellen hier ne muss man das beim bei der vollversion dann auch nicht oder ich denke mal nicht ich denke auch mal nicht das wäre ein bisschen blöd ja und ja feierabend ich habe den urwoben immer noch ja die gebäude können wir noch kurz mitnehmen ja weil der drop wird wahrscheinlich eh schon gelootet sein jetzt habe ich den auch toll gern geschehen jetzt habe ich mit komm oder warte 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 in Ordnung warte ich wurde ich hab es jawoll nächste scheibe ist gar keine drin ok nice ein zweier backpack wenn du keinen hat ich hab ein 3er okay ansonsten ist es noch relativ ruhig ne somit zur hacienda ja ja warum nicht das mega nice als ob wir den jetzt hier zurücklassen ich bitte dich kannst du nicht den armen bus hier allein in der pampa stehen lassen auf geht's ich sehe immer müde aus heute seh immer müde aus ich bin halt einfach müde geboren schießt man bei einer garage ob der geplant ob der parkt ist doch ich hab jetzt gespauern oder scheinbar gewöhnlich spawnen die daher ist es ja auch in zwei helmen also obwohl wobei hier wurde gelootet ja sorry warte mal dann haben die den buggy da reingestellt oder hier ist auf jeden fall jemand gestorben sind noch so viele türen zu ja das macht mir angst die ist vor allem so unübersichtlich ich habe angst es nämlich an die hand keine ahnung wo ich bin weil es jetzt ein bilder tisch scheiße dass ein pool damit die rein was da ist ja gar kein wasser mehr drin tot oder granate 2 wir schauen einfach mal hier oben liegen auch hier wurde ordentlich gefaltet sie rundherum jetzt eigentlich keine bewegung kompensator sehr schön hallo ich sehe jemand hallo ich guck mal guck mal guck mal guck mal guck mal hä was war das denn jetzt so schön ne die sind weg glaube ich hoffentlich hoffentlich ja nicht dass sie da irgendwo noch in so einem raum sitzen ich glaube dann hätten wir schon was davon gemerkt oh mein gott nein was denn ich glaube ich werde sterben oh nein ich weiß nicht genau wie ich hier rauskommen wäre wer baut denn das hier so auf ja ne ich spiegeluner auf dem zender aber ich glaube ich komme nicht mehr raus warte mal hä ja gut wir holen den bus aber den bus können wir rein fahren ja ne aber ich müsste dann ans fenster fahren den bus ich hänge zwischen strohballen und mauer fest was oh gott ich trau auf jeden Fall schon den dreihelm gleich also wenn ihr den haben wollt wenn ihr den an den ramm kommt warte mal ne wenn so schnell gehen wir dich nicht auf alter alter was gehst du denn auch hinter den heuballen seifen was soll das ich weiß nicht ich dachte mir so ok plötzlich sind wir das wallfeature ne wallfeature der shai hatte ein bisschen hunger einfach mal so einen kleinen snack zwischendurch oh man ich habe flashbacks an die grube ne ja eben ich habe da sofort dran gedacht ohne shai sofort als dein online kam da war ich bei mir schon zu ende wo ist der bus jetzt gewesen äh direkt am eingang der hacienda ok ja irgendwo hier vorne markiert ja genau ich sehe ihn schon ich komme ich stehe ne gehst nicht ruhig naja ich würde ja noch gerne hier nochmal v drücken können weißt du kann ich mich wenn ich mit der gerade hatte raussprengen ne 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 mach das nicht mach das nicht raussprengen ist klar fun fact rocket jumps a la quake funktionieren nicht rettung naht halt keine kratzer in luck ne ich muss doch hier stehen Ich kann nicht in der Luft anscheinend einstecken. Fuck. No. Warte mal, kannst du hier reinfahren? Curry, lass mal machen. Geh mal her. Kannst du dich vielleicht sogar anfahren? Also, es könnte sein, dass du durch den Stall durchpasst, aber das wird ein bisschen eng. Oh Gott. Hups. Wir bauten ja auch sowas hin. Hups. Sollten wir vielleicht versuchen... Ähm. Ne, will nicht. Ach ne, oder? Warte, vielleicht endet die Zone ja hier. Ne, warte mal. Wir hatten noch... Wir hatten noch einen drüben Buggy. Ja. Ich geh das mal holen. Sollte ich vielleicht versuchen, in die Ecke auch reinzukommen, dass wir uns gegenseitig rauspressen? Kannst du mir ja reinwollten, auf der einen Seite. Nein, mach nicht. Wir werden so sterben. Machen wir es denn nicht, aber... Sind das hier überall so fette Gänge? So Aufgänge? Ich würde gerne durch die Tür hier. Das gibt's doch nicht, ey. Weißt du, was wir jetzt bräuchten mit dem Motorrad? Hm. Wir bauen um... Oh Gott. Ja, es stand ja schon F da, ne? Aber ich kann halt nicht in der Luft einsteigen. Ich bin halt leider am Fliegen noch. Oh Gott. Kannst du vielleicht über mich klettern? Ich weiß es doch auch nicht. Drück mal V. Nein, dann sind wir tot. Äh, sag mal der Buggy hier ist weg. Was? Ähm. Ist ihr sicher? Jep. Ach ne, falsche Garage. Pups. Nein, die schießen mich ab! Hä, nein Mann! Oder? Okay. Ihr wollt grad Schuss an der Mauer eingeschlagen. Ganz ruhig sein bis... Ich häng ihn nur auf Filzermis raus. Hier, wie die Waffe in die Hand nimmt, ey. Ich häng ihn nur auf Filzermis raus. Ausknocken. Ich weiß nicht, ob das was bringt, Leute. Ich glaub, du stirbst dann. Ja, aber nimm... Ich... Auf jeden Fall, ich tropf schon mal meinen 3-3-Helm gleich. Ich nehm den schon mal. Weil der soll nicht kaputt gehen. Kannst du den nehmen? Ja. Perfekt. Ich geb dir sonst auch schon mal meinen Stuff rüber. Meinem und dem bitte. Geh, nimm den schon. Ja, ich denk mal, ich kann den looten. Weil wenn du da stirbst, dann seh ich auch deine Kiste. Aber stimmt, ausknocken wär doch ne Idee, ja? Ja. Okay, letzte Rettung. Vielleicht der Buggy. Aber sch... Vielleicht der Buggy. Ich will den T2-Helm haben. Also wir kommen auf jeden Fall damit rein. Okay, jetzt... Oh Gott, jetzt... Ja, jetzt hitzst du dann natürlich für die Rechte. Ich kann das. Alter, Flott. Okay, ja, wie soll ich jetzt einsteigen? Nur ich glaub, du musst rückwärts rein. Ja, shit. Jetzt hängen die Reifen. Ja, wat? Soll ich gleich außenlocken versuchen, Cyrus? Ja, lock mich mal aus. Gib mir mal Headshot. Kannst du mir überleben? Nein, kann ich nicht. Alles klar. Alter, wat ist hier los? Oh Gott. Oh, warte. Ja, ja. Wiggle, wiggle, wiggle. Komm ich raus? Warte mal, warte. Oh nein. Warte, warte. Ich hatte kurz das F. Oh Gott. Geh mal weg, geh mal weg. Okay. Ah, sag mal. Nimm die Grenate aus Sand. Es war nur ne Smoke. Es gibt's doch nicht. Mal. Oh Gott. Oh, Level 2 Helm. Let's go, komm, komm, komm. Ah, schade. Es gibt's doch nicht. Okay. Was ist die los? Oh. Okay, warte. Und jetzt? Ja, let's go. Let's go. Nein, nein, nein. Komm, komm, komm. Komm hier raus. Ja, 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 ja. Nein. Warte, kann ich mich bewegen? Nein, meine Beine. Du fliegst immer noch. Ja, meine Beine, die bangen rum. Der Dave guckt einfach zu. Ja, was soll ich denn machen? Hast du noch ne Nate? Ja. Okay, werf die in die Ecke. Komm, wir müssen das jetzt probieren. Das wird nix. Werf die aber auch bitte in die Ecke. Hafter Barmen. Oh Gott. Lauf. Ah. Nein. Wow. Ja? Alter. Schade. Ich dachte kurz, ich komm hier rechts raus. Warte mal. Also blick mich weiter wieder, ja? Ja. Zone ist noch da, also wir sind noch, wir sind noch gut. Okay, warte, ich probier mal was. Oh mein Gott. Nein, 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 warte. Man kann ne Animation von der Nate anscheinend kurz springen. Ah, komm schon. Soll ich vielleicht versuchen unter dich zu klettern, dass du... Ähm. Oh. Oh. Nein. Ne, lass mich zurücklaufen. Oh, du hast überlebt. Warte mal, soll ich versuchen... Warte mal, ich versuch mal hier reinzukriechen. Ne, komm spiel das Game zu Ende. Es kann ja noch was werden. Legen uns 18 Leute. Komm Zeit, komm. Komm. Alter. Ja, nein, 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 ich hab nicht geworfen können. Soll. Vielleicht kannst du in der Animation von der Granate einsteigen. Probier mal, ich kann ja... sonst sollte ich auch die Sachen aufheben können. Okay, warte, warte, warte. Ne, geht nicht. Ich hänge einfach an der Wand drin, sorry. Warte, ich probier mal. Das Problem ist, ich bin immer tiefer gerutscht. Ich hänge immer mehr am Boden gleich. Ich kann nicht mal richtig aus dem Fenster rauskommen. Oh nein. Lass mich zurück. Ne, 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 ne. Wir bleiben jetzt so lang bei dir, bis die Tone das irgendwie verhindert. Weil das kann ja nicht sein. Wir brauchen ja mal bis 5,5,6 Muni oder so. Oh nein, jetzt ohne. Aber wir haben noch Zeit. Warte, wir können es noch probieren. Ey, komm. Cyphus. Bitte. Mach jetzt keinen Scheiß. Sobald ich... Sobald ich die Bandage im... Inventar anklicke, setz dich mal da ein bisschen hin anscheinend. Fuck. Oh. Ne. Ja, wenn die Hände hochnimmt. Ah, das gibt's doch nicht, ey. Was ist hier los? Ähm. Das ist ein Smokes. Hast du jetzt nicht irgendwie da irgendwas... Das wird aber... Das wär ja gar nichts Feature. Räuberleiter oder so. Ich komm mir noch raus. Ich komm mir noch raus. Ich weiß das. Du kannst dich auch nicht hinlegen, oder? Äh. Ne. Chrome blockt. Leider. Bin mal so nah bei dir. Aber... Ich hoffe mal ganz kurz, dass ich mir ganz kurz stehen kann. Ich... Spam schon V, damit ich vielleicht einmal... Oh, es kann sein, dass der Buggy, oder dass der... Bus mich jetzt blockiert beim Walten. Wat? Warte mal. Also ich weiß nicht genau, ich... Manchmal steh ich so ganz kurz und... Es kann sein, dass ich da Walten kann. Deswegen... Oh mein Gott. Komm, Seifes, bitte. Oh Gott! Meine Waffe ist draußen schonmal. Lauf meiner... First-Person-Ansicht. Sieben Sekunden, Seifes, komm. Ja, ich probier's. Okay, wir gehen schonmal weg. Tschüss. Ja, ja, ja. Wollt noch ein bisschen Muni haben. Alter. Ja! Lauf, ey, lauf. Hier ist mein Shit. Nur für euch. Ich kann die Sachen nicht nehmen. Hast du die grüne Muni aufgenommen? Oh, lol. Warte. Nee, ich komm da nicht richtig ran. Ich versuch's, aber... Ich hab kaum Platz. Okay. Ähm, ja. Seifes, war schön mit dir. Ja, ja. Tschüss. Mach gut. Holt der Schickende, ne? Ja, sicher. Easy. Bis dann. Alter. Also die Halle vor uns, da war richtig Action. Ja, jetzt macht's wahrscheinlich eh Pew Pew und wir sind tot. Mhm. Wahrscheinlich, ja. Es tut mir leid, Seifes. Es tut mir echt leid. Lass sein Tod. Hat ein Teammate heute Morgen bei mir auch, äh... Ist zwischen zwei Felsspalten gerutscht, als noch fünf Leute geliebt haben. Ja, das Traurige ist, wir hatten das vorhin schonmal. Also... Warte mal, lass uns mal hierbleiben eigentlich. Oder? Ja, hier so am Rand. Oder? Was passiert jetzt mit dem Drop? Der landet jetzt genau auf unser Gesicht. Oh! Alter! Natürlich! Ja, sollen wir? Ja, machen wir. Da kommt jetzt ein neuer Seifes runter. Der ist jetzt in der Kiste drin. Aber auch festgepackt, ne? Ja. Oh Gott. Wie gut. Okay, Seifes. Weißt du auf jeden Fall für die nächste Runde Bescheid, ne? Mhm. Ich weiß immer mehr Spots, die ich meiden sollte. Ich würde darauf wetten, dass gleich ein Auto rangeprescht kommt und uns überfährt. Egal. Da haben wir wenigstens gelebt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich weiß nicht, ich war halt die Zone. Sind ja nur 15 Meter. Das ist die Grotze halt einfach. Das ist doch geil. Ich hasse dich. Gönnst du dir? Sonst noch was drin? Ja, ich geh jetzt. Naja, ein Dreierrucksack. Ja. Willst du die Grotze haben? Dann nehme ich die K von mir. Naja, alles gut. Mach du ruhig. Doch, nimm die. Ich nehme die K. Äh, okay. Dann muss ich gerade umbauen. Oh 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 oh. Zwei Sekunden. Die Zone kommt gleich. Ihr seid beim mittleren Ende. Ja. Also es ist nicht so schnell, aber es ist so 8 Sekunden da. Gott ey, wir müssen jetzt auch ruhig über die Felskette hier, ne? Oh Gott. Äh. Alter. Oh shit. Der Stein da ist unser Freund, oder? Ja. Cool. Ballert ihr mal weiter, Leute ey. Das interessiert mich nicht. Die docken sich gerade gegenseitig aus. Ja, siehst du mal. Alter. Oh lol. Oh lol. Seid ihr da drinnen? Ne, ne? Wir sind ja nicht ganz. Ja, wir sind knapp drinnen. Leider nicht, ne. Ihr könnt die Position auch zum Slipen benutzen, aber ich würde doch die Position sechs hier vorschlagen. Ja, lass uns weiter nach vorne, oder? Also werden die noch feinden bleiben. Dahinter der LKW? Ja, dachte ich mir auch, ja. Wir müssen halt hier aufpassen, links, dass der nicht hier hinterm Hang hochkommt, ne? Ja. Aber die haben eher in der Stadt gekämpft, ne? Ja, ja. Hast du noch ein Extended Magazin, oder so, für die Kreuzer? Ne, gar nix. Shit. Gar nix. Okay. Ich kann das von meiner M4 geben. Ne, ne, alles gut. Alles gut. Alter. Okay, ich mach links, du machst links. Ich fühl mich hier ziemlich unwohl. Ja, ich auch. Ich fühl mich sehr, sehr unwohl. Also es sind jetzt noch sechs Leute, ne, sieben. Vor allem, weil hier oben noch Hang ist. Ja, eben. Aber ich glaub, keiner wird da hochrennen. Hm. Sehr schön bescheuert, ja. Was? Ähm. Ja, genau. Sagt er und schoss. Vom... Der ist hinter uns, am Stein, wo wir eben waren. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Wie kann das denn jetzt sein? Fuck. Nein, ich komm hier nicht rum. Warte, warte, warte. Das war ja gerade... Der wird... Megaanlacki. Oh, Leute, der kommt gerade. Du kannst den jetzt holen, ne? Kommt der gerade? Meiiiin! Ey, wo kam der denn her, Alter? Ohne Scheiß. Megaanlacki. Ey, das gibt's doch nicht. Wie viel Pech kann man haben? Wie wir uns noch sicher waren, dass garantiert keiner über den Hügel laufen kommt. Alter. Das ist doch ein Scheißwitz. Das ist halt ein fucking Typ gewesen. Die kicken da möchte ich mir nicht angucken. Nee, lass mal. Nee, wann die Suppe? Ja. ın 不re 와. Daher. Ja, das ist doch nicht warm. Deswegen auch gar nicht nur am Jessie. Ich binemer Fraser und nePoprad fråge Tercer. Ja. Daher neben THOMPS.